Das Vertrauen in die Politik der deutschen Ampelregierung schwindet zusehends. Besonders das Thema Migration bereitet den Bürgern große Sorgen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA sprechen sich jetzt 57 Prozent der Bundesbürger für vorgezogene Neuwahlen aus, weil es als deutlicher Ausdruck von Misstrauen gegenüber dem Bundeskanzler angesehen wird. Die aktuellen Entwicklungen werden von politischen Experten als Bankrotterklärung für die Bundesregierung gewertet. Dies spiegelt sich bereits in den Ergebnissen der Landtagswahlen in Bayern und Hessen vom vergangenen Sonntag wieder, bei denen die Regierungsparteien empfindliche Verluste hinnehmen mussten. In Hessen scheiterte Innenministerin Nancy Faeser, die als Spitzenkandidatin der SPD für das Ministerpräsidentenamt antrat, kläglich. In Bayern erreichte die Partei vom Bundeskanzler Olaf Scholz lediglich einstellige Ergebnisse, während die AfD in beiden Ländern Zuwächse verzeichnete. Die Hauptursache für diese Entwicklungen liegt nach Meinung der Experten in der aktuellen Migrationspolitik der Berliner Ampelkoalition, bestehend aus SPD, Grünen und Liberalen. Gemäß der aktuellen INSA-Umfrage fordern sogar 59 Prozent der Befragten eine Änderung dieser Politik. Auf Platz zwei der Anliegen steht ein Kurswechsel in der Wohnungspolitik, den 52 Prozent der Bundesbürger unterstützen.